Die würde sich auf jeden Fall viel mit Initiativen und Engagement von Studierenden beschäftigen. Mir waren die Wege und das Handeln in der Hochschule ziemlich langwierig. Es hat ziemlich lange gedauert, bis sich etwas verändert hat. Ich habe das Gefühl, dass es im Zusammenwirken mit zivilgesellschaftlichen Akteuren schneller zu positiven Veränderungen kommen kann. Ich würde auf jeden Fall sehr anwendungsbezogen studieren wollen, wahrscheinlich nicht so forschungslastig. Die Hochschule der Zukunft soll auf jeden Fall an das Potenzial der Studierenden glauben. Und dieses ernst nehmen und uns ermutigen, zivilgesellschaftlich auch aktiv zu sein und das auch verbinden zu können mit dem akademischen Lernen, das sich dann schnell in Elfenbeintürme verwandelt. Der Unterricht